Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurer weiteren Wundle Trouble in Terrorist Town mit den letzten paar Überlebenden, die hier aus dem Netzwerk, ihr wisst schon. Grand, Stuntokra, Gizenex und Widerwolf. Und Craps. Hallo. Hallo. Hallo Craps. Ich habe jetzt Angst, dass ich in meinen Einleitung erschossen werde. Hätte ich aufhören müssen. Das wäre ja auch richtig gemeint. Das war keine Absicht. Okay. Hast du eine Diegel? Ne, ich bin gerade auf dem Weg dahin, beziehungsweise ich such den Weg, weil das Problem ist, dass ich mich hier nicht zurechtkomme gerade. Weißt du, wo die ist? Folge ich dir mal. Okay, es ist da, Lu. Zumindest war eben hier überall immer wieder... Aua. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ja, was ist denn? Och. Ist doch schon der Trailer, wurde doch schon gefunden. Ja, mein Gott. Ja, ja. Ich wollte ein bisschen Rauchwolke mich verstecken, aber anscheinend bin ich... Ich war wieder zu schlecht. So. Nehmen wir eigentlich schon auf? Jawohl, ich hab ne Diegel. Wollen wir doch mal von vorne anfangen? Weiß nicht. So, jetzt nochmal richtig. Achso, die Map ist fassessig so klein. Och, geht. Ja, aber wieso? Für fünf Leute passt doch. Dann finde ich einfach den richtigen Weg nicht. Ach, da unten geht es auch noch weiter. Echt? Ey, mir werden dann dauernd die Waffen geklaut. Oh, yeah, 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 yeah! Alter, was war das denn? Hä? Ey, 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 Leute, warum schießen die auch alles, was in meiner Nähe ist? Ich hab Angst. Kommt man hier auch wieder hoch irgendwie? Ja, Detective. Hallo? Ach ne, doch irgendwie kommen wir hier hoch. wie viele sind wir eigentlich? ok was? du? wer bist du? wieder, der wieder, der wieder oh das Haus brennt hi, wer ist da? oh noch ein Granz und ein Tra- what? ein Detective Traitor wollte grad sagen, ungewöhnlich, wieder hallo hier wird doch geschlossen tada wir waren doch alle beisammen Krabs schießt doch nicht in die Luft Vita, hinter dir, Bombe voll geworfen äh ne, Vita hat eine Bombe geworfen auf Dalu so rum ja, das war Vita Vita hat die Bombe geworfen warum? ja, ich hab nur noch 46 HP von der Disco? du hast mich vom Dach geschmissen was machst du auf dem Dach? wer hat mich jetzt gerade mit auf 38 HP geschossen ja, ich nicht, ich war hier bei Xenex ne, was war das denn? irgendjemand kam um die Ecke, hat er mich geschossen die Ecke ich war das nicht vielleicht war es Dalu gewesen aus Rache ich glaube er ist war äh einer von den anderen hier nein, Xenex, wir waren beide beieinander das war der mit der Maske Krabs redet nicht, der ist Traitor ja, ich bin noch da Trader, Trader, Trader ich will deine tiefe Stimme hören also sagt er du läufst wieder Diger rum Rance läuft die ganze Zeit bei mir rum ja, aber wo bist du denn? ach da! was machst du denn da hinten? wo ist er? jetzt hab ich Krabs gefunden, der war hinter den Kisten wahrscheinlich hat Xenex das Radar wir spielen aber nicht Prop Hunt, das weißt du ja, man kann hier einfach durch die Mauer gehen nein, er hat gesagt, er läuft an mir vorbei und in dem Moment hab ich mich umgedreht und haben gesehen nein, guck mal, du kannst hier durch diesen Stein gehen ich war in den Stein und da hast du mich drin gefunden echt, bei mir ist kein Stein hier deswegen doch nein, bei mir ist wirklich kein Stein er hat die, äh nein, hier ist wirklich ihr könnt ja Leute, guckt einfach mal im Video, dann würdet ihr sehen, dass hier kein Stein ist bei mir dann lad's jetzt sofort hoch und Stein angeblich soll hier ein Stein sein, ich sehe hier keinen Stein ich sehe bloß 3 Kisten und dann ist hier ne, hier hab ich auch keinen Stein, hab ich aber auch nicht echt? ne, bei mir ist da auch kein Stein wenn jetzt die Jallerbombe kommt, ich geh weg also der schießt sich doch vorher ich tippe auf Grants ich hab keine hätte ich viel Jallerb ich hätte es gleich sehen, sobald ich die Kugel im Hinterkopf hab einfach los ich hab mal so ne, so ne Wetten-Homepage aufmachen für TTT das kannst du nur machen wenn du Live-Stremen hast Live-Wetten ja, Live-Wetten auf den Trade ja, live-Wetten auf den Trade ja, im Live-Stremen so Vidaaa, du bist zu nah dran aber der Xenix immer sagt, dass er bei mir ist, ist erst glaub ich nicht das heißt, für wenigstens Craps bei uns Achtung, Granater äh, und, äh, Craps ist da durch Inno wo war das gewesen, Vida? ich renne hinter Dalu her äh, in der Nähe von Dalu also ich hab's relativ laut gehört ich renne eigentlich auch hinter euch her was denn, Craps ist was? ach, da hinten brennt's ja okay ähm, Dalu war Craps die ganze Zeit bei dir? ja, ja, Craps dann ist es Grants dann ist es Grants Grants schießt! Grants schießt! schau rüber raus, du! Mann! meine Maus! ja genau, ich wollte von hinten kommen böter Grants auf dem Stream haben müsstest wär das, äh, wenn die im Grunde losgeht äh, sehen alle Zuschauer halt, wer Traitor ist und dann musst du so wetten so, weißt du, unten siehst man die Wetten angesagt wie die, äh, irgendwelche Ingame-Währungen oder sowas weißt du so natürlich um Echtgeld Echtgeld, ja, spenden macht dir sonst kein Spaß oh, oh, hier ist so schön also meinst du, dass die auf, auf Inno oder auf, äh, Traitor wetzen, oder? ja, ja, genau, du siehst erst, wer Inno und wer Traitor ist hast du ne Liste und dann wetten und dann komm, wetten das wär echt nicht schlecht also, du müsstest ja theoretisch eigentlich den Server-Hoster machen weil ich ja direkt sehen kann, wer halt Traitor ist oh, ich glaub, ich krieg aber gleich wieder Hilfe yeah, oh, danke DETECTIVE ich glaub, wo ist denn hier bitte schon die Leiter, woher kommt man hier hoch? ich bin bei Xanax ich bin bei Xanax hey kann man hier eigentlich auf der Matratze auch immer höher springen, wenn man ihn drauf drückt? ist nicht wie bei Goat Simulator ja Darlucat ist bei mir und ich bin DETECTIVE Darlucat, Darlucat hier brennts nein, hab ich nicht, da unten liegt nur mal einer, aber nee, da liegen nur Waffen Aua, ich hab mir weh getan alles hier, Krabs und Widerruf Klaps 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 Mit gescoutet und achso, hier in irgendeinem Felsen sitzt du lol ich hab da auch die Felsen, das ist doch unfair ja, die anderen haben wieder die Low Graphic ja, aber den einen halt nicht achso, die einen, okay, ihr habt extra, ähm, Low Graphic, um die Leute zu erkennen oder was? ich hab, äh, die Felsen hab ich aus dem Ordner genommen ist das hier so ne Freiland-Map, oder nicht? ja, ich hab das wieder, wo? okay, achso, du bist ich bin DETECTIVE da brauche ich mir ja keine Sorgen machen grenzt du bist doch schon wieder, oder? ja 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 Aua, ich hab mir weh getan Snakes on a Plane ist da Dalu wo machst du eigentlich Licht an, Dalu? damit man nicht besser mach Licht aus ach du hast dich du versteckst dich da hinten, oder was? hinter den Stein warum machst du Licht an, damit man mich besser sehen kann? man, 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 man Krabs hat ne Leiche hier da ist die Leiche los da ist die Leiche los weil ich da gerade runterfallen darf ich find da die Dings nie leben noch alle? ja, ich glaub, da leben noch alle mein Kumpel hier hier ist ne Bombe, hier ist ne Bombe, hier ist ne Bombe das ist so ein Krabs-Ding eigentlich ja, die Krabs kam ja auch aus dem Haus ja, wir haben dann Krabs oder Grans weil die anderen waren beide bei mir ey wer schubst nicht im Haus das ist 5 Sekunden her Krabs oder Grans Krabs du 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 duu gia ach man schieß doch auf mich wenn noch nicht weg jaja Ja, ja, ja. Ganz ruhig. Kriegst noch deinen Saft ab. Nur noch vier. Ja, eigentlich nur noch ich. Weißt du das? Aber das hat nicht ganz geklappt. Ja. Grant, warum sagst du denn auch nichts, ey? Dann hast du denn die Bombe gelegt. Weil ich ja tot war. Warum hast du denn nichts? Ich bin einmal vorbei gelaufen, ich weiß gar nicht, ich bin glaube ich bin wieder vorbei gelaufen durchs Haus und hab kurz die Bombe gelegt. Und bin gleich weiter. Ich hab das echt überhaupt nicht mitbekommen. Ich häng hier an Craps fest. Wo seid ihr? Ich hab ne Disco. Neben dem Haus. Wo seid ihr? Ah, wir sind schon. Wir haben uns getrennt. Wir haben uns getrennt, das hat gar keinen Zweck mehr gehabt. Smoke! Ah! Au! Sooo... Hat jemand ne Honey Badger gefunden? Was, ne Hallibarry? Ja, Hallibarry. Neue Waffe kannst du kaufen. Genoo... Nein! Ah, ich... Was passiert? Oh, hier wurde eine Granate geschmissen. Scout aus der ersten Etage hier. Wenn in der ersten Etage einer tot ist, ist es genau der der da nicht da ist. Wir haben hier Xanax und wer ist unter dir gewesen? Wer war das? Ich... Craps. Xan von Craps. Ist oben einer tot? Ich bin hier. ÄH! Stimmt. Warum ist Vita angeschossen? Ich bin nicht angeschossen, ich bin die Treppe runtergefallen. Irgendjemand wollte mich hier durch das Fenster erschießen. Xenex? Nein, ich war die ganze Zeit bei Dalu. Nein, das ist gelogen, ich war alleine auf dem Dach. Du hast doch gesagt, ich dachte du warst neben mir die ganze Zeit, na gut. Wer war ein Detektiv? Wer ist denn Detektiv? Der war die ganze Zeit neben mir, deswegen. Xenex, aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr so gut raus. Ich war auf jeden Fall neben dem Detektiv. Wer ist das? Achso, Craps ist Detektiv, dachte, da wäre der Halu. Ich habe nur darauf geachtet, dass das... Nee, das ist noch gefährlich hier. Wer guckt mich denn die ganze Zeit an? Wieder. Guten Tag. Mann, 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 Mann. Ja, irgendwie habe ich dich jetzt gerade ziemlich im Verdacht. Ich war jetzt so oft hintereinander, soll ich schon wieder dran sein? Das Auto ist noch an, ich brenne das Auto jetzt an, der Motor brennt gleich wieder weg, Franz. Unter dem Auto ist eine Bande. Oh, Vorsicht, Heilige. Jaja. Nein, dann werden wir es nicht mehr abbezahlt. Dann bin ich taub, wenn es die Heilige war. Dalu kann wohl mich anziehen. Burning Man. Heilige. Dalu, wo haben Chitze so... Hey, lass die Leiche in Ruhe, Vita. Ja, Dalu wollt mich ja auch eben abfacken. Lass die Leiche in Ruhe. Wer ist denn der Traitor? Xanax. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube auch. Ja, dann ist es Granz. Ja, ich glaube auch. Bitte auch Vita, Vita im Verdacht. Ja, ich glaube auch. Ne, das kann nicht sein. Der Stoffen sein, nee. Der Stoffen sein, nee. Soll ich mich selbst umbringen? Hallo Crips. Dalu ist hinter mir und Granz ist vor mir. Also wenn ich sterbe, tötet beide. Geh mal eben ne Bombe legen. Wo ist jetzt der Rest hin? Ich bin hier allein. Xanax, wo bist du? Ich bin am Haus. Einer fehlt noch. Wo ist Dalu? Dalu? Okay, einer ist noch da, krass. Wo ist denn Dalu? Dass du sagst... Woher weißt du, dass Dalu noch da ist? Ich habe nicht gehört. Der ist eben hinter mir hergelaufen. Ach so, okay. Er versteckt sich hier hinten wieder. Wer ist Xanax bei mir? Glaub die Map ist zu offen für fünf Leute. Da ist ne Bombe. Da ist ne Bombe. Ja, das ist wieder Xanax gewesen. Ja, ja. Willst ein Random Kill machen oder was? Ups. Der hat fast auf dich losgeballert, wenn ich dachte, du legst die gerade. Irgendjemand schießt auf mich. Auch wenn du daneben geschossen hast. Ich glaube, Granz hat mich auf mich geschossen. Hoffentlich. Also Xanax ist glaube ich fein raus, weil auf den wurde, glaube ich, gerade geschossen. Glaub eher, dass es Xanax ist. Also es wurde geschossen und Xanax war nicht der Schütze. Sagen wir es mal so. Das Problem ist jetzt zu fragen, ob alle da sind, bringt nichts, weil Dalu immer schweigt. Und schon die ganze Zeit schweigt. Ja. Und Granz hat das bestimmt ausgenutzt und ihn einfach abgeschossen. Wieso sollte ich ein Random Kill machen? Das ist Granz. Ach, das ist Granz. Ach, uh, Granz. Granz? Was war das gerade? Ja, das war ein Viertermenü. Achso, ja, das ist gut. Dann gehe ich weiter. Warte, Krabs, okay. Anstatt ihr einfach Xanax tötet und mir mal vertraut. Ja. Hey, Granz! Xanax! Xanax! Bitte. Ich vertraue mir. Ja. Hier kommt der Krabs. Hab ihn. Oh, er ist tot. Ach, naja. Das Einzige, was Dalu die Runde gesagt hat. Hab ihn. Erläuft mir doch. Ich hab den Traitor doch erschossen, alles. Hat Dalu doch alles richtig gemacht. Deine zwei Sätze die Runde waren. Einmal nach, du willst den besten töten? Soll ich dich selber töten. Und am Ende der Runde, hab ihn. Auch gut. Kann man so machen. Das ist effizient. Das ist effizient. Effizient. Effizient? Die Waffen liegen. Ah. Welche? Okay, die ist immer noch besser als die McTen. Das ist auch immer noch besser als die McTen. Hey! Aua, Aua, Aua! Ich brenne! Die Huge, oder was? Ich bin doch noch ein Scout, Dalu. Ich bin doch eine. Aber ich suche mal nur eine Deagle. Da hinten brennt. Wenn ich jetzt sterbe, ist Vita. Wenn ich jetzt sterbe, ist Vita. Wenn ich jetzt sterbe, ist Vita. Wenn ich jetzt sterbe, ist der Vielen Dank.